Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 Na los, raus! Schwarm! Na dann wollen wir mal! Warte! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Wir sind noch nicht fertig! Er ist tot! Elender! Sieh dich nur an! Du blutest wie ein Schwein! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Okay, geschafft! Wir sollten wieder nach oben und die Spur der Herrscher verfolgen! Das ist für mich! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Häscher! Da drüben! Bei der alten Kaserne! Wahrscheinlich wollen sie nach oben! Zur Festung! Gut! Dann müssen wir eben dorthin! Wie? Ich dachte wir suchen nach einer Mine! Oh Scheiße! Er ist tot! Verdammt! Verdammt! Das lässt uns weg! Na siehst du! Werfe Granate! Zurück in dein Netz! Zurück in dein Netz! Eine kurze Drohne! Zurück in dein Netz! Eine kurze Drohne! Und du bist raus! Schaffst du es! Na schön! Wer ist der Nächste? Hab sie! Also, die gute Nachricht ist, dass wir auf der richtigen Fährte sind, wenn wir dem Schwarm begegnen. Versuchen wir es durch diese Kaserne. Seht ihr das? Über uns? Hey! Das schaff ich nicht allein! Sind das etwa... Werfe Granate! Werfe Granate! Keine Drohne! Da unten ist ein Durchgang! Dann sollten wir uns beeilen! Mir gefällt es hier ganz und gar nicht! Was du nicht sagst! Ich bin da! Was? Was ist das? Bei Kistel! A? Ja! Was? Da! Er! Es ist nicht so, die Br Prepate! Was ist das? Noch ein Sprenger! Und ab dafür! Es ist noch nicht vorbei! Ja, friss das! Granatenbruch! Verdammt! Jetzt bring ich's zu Ende! Eine Drohne! Eine Drohne! Und du bist raus! Ach, verdammt! Das waren alle! Teddy, wie weit noch bis zur Festung? Weiß nicht, aber wir erreichen zuerst das Museum! Okay, hoffentlich gilt dort ein striktes Springerverbot! Falls nicht, können wir das sicher vorschlagen! Oh nein, Freundchen! Ich wende mich mit eindringlichen Worten direkt an die Verwaltung! Können Sie hier nicht dases Springerverbot? Das ist abduct durch die Verwandarten! Viele Menschen, dass die Verwaltung alle reinigen können! Das ist ganz gut! Dann ist er, wie weit schon ganz bergünt. Die Verwaltung hat das Verwaltung, was die Verwaltung? Dann sind wir mit dem Trommeln? Die Verwaltung ist nicht in der Tat. Die Verwaltung hat sich nicht mehr daraufhin, Du wirst, wie es läuft. Hinterher! Scheiße, mehr Schwamm! Da ist ein Turm! Bewegung! Lasst euch nicht festnageln! Verdammt! Scheiße, bin verletzt! Warte! Ich bin gleich da! Da sind noch ein paar! Wir sind Larven! Keine gute Idee! Wir sind Larven! Die Treppe auf! Go! Zurück in deine Kapsel! Du bist geschehen! Okay, die Luft ist rein! Seht euch um! Es muss einen Ausgang geben! Das war eine wahre Schlacht! Die würde ich doch glatt mitnehmen! Die kann ich gut gebrauchen! Scheiße, da kommt ein neuer Schwarm direkt auf uns zu! Darf das mit allem dagegen, was ihr habt! Scheiße! Das ist ihr? Ich werde jetzt! Die Kassen sind scharf! Keine Ahnung warum! Ich muss abkühlen. Kassen ist erledigt! Keine Bräume weniger! Für mich! So heiß! Freddy, auf dem Dach! Luff! Überall! Passt auf! Wir sind drin! Und du bist raus! Gefällt dir! Das hatte kein Glück! Zurück in dein Ei! Tod! Warum verpfiffst du dich nicht einfach? Na, da ist ein Unfall! Sie greifen wieder an! Wehrt sie ab! Ich wollte nicht mitzählen! Ich wollte nicht mitzählen! Ich wollte nicht mitzählen! Oh verdammt! Hinter uns! Für mich! Schnell! Ich brauche hier Hilfe! Ich sehe dich! Helf mir hoch! Du wiederbeleben! Rettet! Hör! 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 Ich sehe dich! Hör! 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 Scheiße, Fahne! Komm schon, ich hab dich! Eine Kurze Bruder! Wieder an der Lehm! Oh, danke! Eine Kurze Drohne! Wir sind noch nicht fertig! Ah, gut, Muni! Das war ein echtes Spektakel. Aber das war's jetzt wohl. Lasst uns endlich einen Weg hier rausfinden. Kleiner Hinweis für die Museumsleitung. Schlechtestes Museum aller Zeiten. Also der Hescher ist hier hochgeklettert. Er muss hier irgendwo sein. Wisst ihr, was mir nicht aus dem Kopf geht? Früher kamen hier Touristen her. Familien. Das war lange vor unserer Zeit. Schon, aber die Kur hat das alles verfallen lassen. Und alle einfach eingemauert. Na ja, nicht alle. Ja, aber erinnert euch daran. Mein Dad, Rainer, Oskar und sogar Jyn. Sie sind zusammen durch die Hölle gegangen. Daran muss ich an Orten wie diesen immer denken. Ja, und jetzt müssen wir hier drin auch durch die Hölle gehen. Huah! Huah! Vielen Dank.